Ach. Wann? Wann war das? Geflüchtet? Gibt es in der Beschreibung? Ja. Ja gut, ich bleib beim Hotel natürlich. Jederzeit, ja. Danke, ja. Wiedersehen. Bei Kleinschmidt wurde eingebrochen. Den kennen Sie ja auch, nicht? Jahrelanger Kunde von uns. Lansky. Waren Sie das? Lansky. Was um Himmels Willen hat Sie bewogen, so unglaubliche Dinge zu tun? Sie bestehlen Ihre früheren Kunden. Warum? Da können Sie mir eine Erklärung dafür geben. Ich bekam keine Arbeit mehr. Sie müssen sich natürlich der Polizei stellen. Daran kommen Sie nicht vorbei. Ja, aber Sie können nicht erwarten, dass ich schweige, dass ich Sie decke. Nicht das? Damit rechnen Sie doch nicht. Also. Ich erwarte, dass Sie morgen früh zur Polizei gehen oder ich, äh... Ja, ich muss Anzeige erstatten, Lansky. So leid mir das tut, das müssen Sie doch verstehen. Ich würde mich ja sonst mitschuldig machen.